Kunst ist der Weg, die Seele zu erfreuen. Das ist das Motto im Auktionshaus Ginhardt. Hier berät sie der Chef noch persönlich. Mit über 30 Jahren Erfahrung bei Schätzungen, Nachlässen und Auflösungen finden wir für jedes Stück den richtigen Preis. Selbstverständlich sind Schätzungen für unsere Kunden kostenlos. Kompetent und detailliert kümmern wir uns um Gemälde, Tafelsilber, Schmuck, Porzellan, Skulpturen und Bronzen, Asiatika, Ikonen, Orientteppiche, Bauern, Barock und Biedermeier-Möbel. In unserem Auktionshaus in Tegernsee und in unserem Stammhaus in Raubling bei Rosenheim finden Sie viele dieser Objekte im freien Verkauf. Dort können Sie nach Herzenslust stöbern und sicherlich wertvolle Schätze entdecken. Oder Sie genießen die besondere und spannende Atmosphäre einer unserer vierteljährlich stattfindenden Auktionen. Dabei präsentieren wir unseren Kunden stets eine herzerfrischende Auswahl an antiken und wertvollen Objekten. Natürlich garantieren wir Ihnen eine seriöse und diskrete Abwicklung. Und auch eine Eilieferung und Schätzungen sind jederzeit möglich. Entdecken auch Sie, dass die Kunst der Weg ist, die Seele zu erfreuen. In Ihrem Auktionshaus Ginhardt. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!